Hi Leute, ich drehe Teil 7 von Tomb Raider. Mir hat das hier sehr gut gefallen und deswegen will ich unbedingt wissen, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen jetzt ein kleiner Bonus. Ich wollte eigentlich plus drei Teile drehen, aber es hat mich dann doch ein wenig geflasht, dieses Spiel. Okay, ich drehe mal hier runter. Schnee ist cool, ich liebe Schnee. Ich liebe Schneelevels. Schneelevels, Schneelevels. Gelevelte Levels. Komm ich hoch. Ne, war jetzt nicht weiter. Doch da. Boah, sieht das geil aus, Leute. Mega fett. Gut, ihr habt jetzt vielleicht nicht so ein Grafikvergnügen. Oh, no. Achso. Oh, shit. Ich hab schon war verpendet. Hei, 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 hei. Hm. Weil YouTube die Grafikresolution ist das mal runterdrehen. Ähm. Jetzt genug. Ich nehme erst mal den Obersten, dann nehme ich den hier. Oh. Dann fange ich ein bisschen an zu brennen und dann überlege ich mir vielleicht noch den nächstes Deck. Geht nach. Wo? Da. Mist Das ist die Nabe statt 3 Ist doch geil Darum ist noch einer Kann ich hier die besser mit meinen Yes Okay Das ist doch nice Das ist doch unrealistisch Aber nice Höflich Das ist gesund So Ein Stück Streichholz Und Kaugummi Was ist alles möglich Ja Ich werde mich finden Kuckuck 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 Jetzt fall auch mal um Weiß auch So So Da brauchst du schon was Oh Mensch Jetzt Das ist Das ist Das ist suchen weil das mitnehmen das ist der springmeister der auch ja das ist der wie bei wie bei hier wie bei sniper elite hier mit denen mit den submiss hier die denn damit den spring das sind für einer nein 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 ich finde es ein bisschen unwahrscheinlich und unfair dass er so schnell rennen kann mit seinem menschen das gibt es so wenn der ausholt dann kann ich fast ich habe keine munition mehr und er hat mich schon wieder erwischt und nein wie soll ich denn den schaffen hier schuss gefunden so eine kiste ist eine leiche so wenn der ausholt dann dreht er sich um ja wenn sie nicht mal so dämlich sein würde sie stimme ich hier das bringt nichts scheiß das war's gleich was das gibt's doch nicht dass er so schnell ist mit seinem ich hasse solche endgegner muss das weiter und das die er ja ist auch viel zu clean dafür aber ich hätte schon warum ich merke es 27 schuss hier geht da lang geht da lang gut das bringt nichts das wird doch nichts misst ich habe keine muni mehr ja das war schon nein 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 lauf weiter lauf weiter war schon fast gut war schon fast gut ok 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 noch einmal yes oh nein nein jetzt nicht bitte nicht 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 es wird sein es wäre ja ok ok oh nein wir sind drin die pistolen nehmen im bogen die pfeile für mein doch drei stück drei pfeile haben wir ach sorry leute für das geflame gerade aber ich hatte nur so ein jammerlappen irgendwas nicht klappt Dann kriege ich Wut, kriege ich da. Ah, aber das kennt wahrscheinlich jeder. So, Funkturm. Funkturm. Wo ist der hoch? Ich muss da rüber. Ich muss da rüber. So, dann los. So, lass mal los, Lehrer. Nee, was machst du denn? Du sollst dich loslassen. Wir tun doch runter. So, nochmal jetzt. Also. Na. Also. Ganz klar. Das Ziel, da rüber. Alle guten Dinge sind drei. Nee. Steht hoch, nix. Jetzt drücke ich mal Leertaste. Ich drücke mal F. Ich drücke mal E. Ich drücke mal. Ist eigentlich egal, ob ich wieder als D drücke. Die rutscht. Trotzdem runter. Na. Och, das ist doch nicht normal. Nee, das ist ja doof. Das sieht ja schon wieder los hier. Ich drücke mal E. Gott sei Dank, du hast mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Ach, muss ich wieder was craften oder was? Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Schnelle Reisen. Ich will nicht reisen. Ich will da hoch. Ich will da hoch. So. C, X, Y, F, V. Links, rechts. Egal, welche Taste ich drücke, sie rutscht immer wieder runter. Dann muss es doch irgendeinen Trick geben oder sowas. Gibt's doch nicht. Nö. Zeig mal versucht, früher schon zu drücken. Vielleicht ist sie da. So. Jetzt bin ich hier. Bin ich da. Wenn ich jetzt S drücke, zum Beispiel für... Das gibt's nicht. Fackel anzünden. Jetzt brenn ich das Scheiß-Seil. So, nee. Ähm. Das klingt natürlich auch. Blöd. Ja, ich muss hier hin. Ist mir schon klar. Los. Mittlere Maustaste auch nicht. Weiter krabbeln auch nicht. A, gedrückt halten. Nö. Nö, die rutscht immer wieder zurück. Das gibt's doch nicht. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Ich irgendwie runter oder so. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Gucken. Nee, mach auf hier. Was machst du denn? Gibt's doch nicht. Mal runtergehen hier. Upa. Macht's auch nicht. Okay. Ähm. Ja. Nicht gut. Von hier kommen wir. Schade. Schade. Ich komme hier nicht weiter. Ich, ähm. Keinen Plan momentan. Ja, Leute. Ähm. Tut mir jetzt leid für den sogenannten geplanten Special-Teil. Ähm. Aber das bringt ja nichts, wenn ich hier weiterhin versuchen, 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 das bringt nichts. Ähm. Ich würde sagen, ich würde sagen, bis dahin erstmal euer Flosch. Ciao. Achso. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Trotz des Blobs. Zum Schluss. Tschüss. Schade. Tschüss. Vielen Dank.